komisch egal ja ich mache auch ein bisschen holz die gegenstelle gehen schon ziemlich schnell kaputt was mich nicht so dunkel was findest du das dunkel na wenn du jetzt sich hier so in den wald einstellst neben dem baum ist das gar nichts der charakter ist komplett schwarz außer wenn ich hier dings anmacher kannst ja dann in der aufnahme sehen wie das bei mir aussah aber ich finde es gut vielleicht habe ich auch die ehrlichkeit nicht ziemlich runter gedreht aber ist ja egal was mich gerade hier höhe ich die attributpunkte hast du das schon rausgefunden hier steht automatisch dadurch dass du es höchst ist dass ich was tue also wenn ich die sachen mache bekomme ich dafür steigere ich level nee 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 guck mal ich habe es rausgefunden da was so weißt du drückst und dann kannst du wahrnehmung konstitution und so weiter ich muss nur schwer so viel lesen produktionseintrag und wo was was ist denn ab produktions ertrag ja das macht ein bisschen mehr wird das wird das wird das Okay, passt So Und hast du jetzt aufgenommen oder nicht? Ja, ja, ich habe jetzt wieder aufgenommen So, war abgebogen Das wurde von abgebogen, ich weiß nicht, du bist wegen Also vielleicht habe ich aus Versehen auf den Hotkey gedrückt Und habe es irgendwie einfach vergessen Aber, naja, egal Äh, hast du mir eigentlich den Holzsperr von gemacht, oder? Ja Okay Gut Schreinertisch, was brauchen wir dafür? Ach, Baumstämme brauchen wir dafür Und Hartholz, okay Ah, Schlachtertisch kann ich schon herstellen Mache ich mal eins So Yes So, wir können schon mal auf jeden Fall Fleisch ein bisschen Achso, nee, das ist nicht Fleisch Naja, doch, das ist Fleischverarbeitung, aber halt Okay Okay So weil die facke geht auch so wegen was echt ja wenn die viel zu wenn du die länger raus hast dann geht irgendwann aus der folge glaube ich das daran nicht wir haben wo ist das da so wo willst du das scheiß drauf ich mach dir einfach hier so hier habe ich schon mal eine kiste hingehauen die wir sind sprechen wochen wusste es hätte nicht hier jetzt der sperr ist schon ding wer ist also ich glaube ich hätte auszusehen den der mann hier geben hier ist violett also das ist schon gut sozusagen ach es so ja na ja exzellent habe ich gut hinbekommen ich muss noch gucken ob ich hier noch sachen erlernen kann ich kann die sachen noch nicht benutzen welche sachen jeder eine ja warte mal aus dem gehen eine sache kaputt siehst du es kommen auf wo ja 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 da steht entzündeten leuchtfeuer ja ich muss die ich muss die wände warte mal ich mache es mal die wände wo ist denn das gebäude stroh strohwand ach scheiße ich muss ja das seile herstellen so und hier Machen wir mal Dann Ein Fenster Hörrahmen Und Wände So, warte Oh, scheiße Was ist denn die Wand? Was ist los? Ah, nix Ah, nix Aber man muss ja irgendwie Kannst ja schon mal nachgucken, wie wir Zusammenspielen können Ich bin ja dabei Achso, okay, super So, okay So, okay Okay. Ich glaube, du musst mir eine Anfrage schicken, ob du mir beiziehen darfst. Wie, bei Steam oder was? Ne, drück mal J. Warte. J. Ja. Jetzt gib mal einen bei der Suche oben rechts. Die. Und dann die Voyeure. Was? Wo? Oben rechts bei Reisen? Ne. Ne, nicht bei Reisen. Ne, Stamm sind ja Gilden. Ja, genau. Ist ja auch richtig. Und du kannst eine Gilde suchen. Ja, aber du bist doch nicht in der Gilde. Doch. Was? Wie heißt die? D. D-I-I. Also die. Die. Ah, ja. Du wirst es eigentlich schon kommen. Die Vorschere. Voyeure, ja. Voyeure, ja. Äh, beantragen. Hast du bekommen? Ja. Aha. Jetzt bist du. Jetzt sind wir in der Gilde und jetzt geht's. Ja genau, jetzt ist es auch blau angezeigt. Ja. So, wir brauchen jetzt noch ein Dach nicht hier, damit wir die ganze Scheiße hier nicht kaputt geht. Äh, Dach habe ich noch nicht hergestellt. Warte. Strohdach da, wieviel brauchen wir? Fünf Stück oder sowas? Was? Ich habe nur vier. Ah ne, dickes Seil kann ich wirklich noch herstellen. Ne, ich habe keinen Dings. Ich habe keinen, äh, keine Fasern mehr. Ne, wie heißt das Wein? Weinreben? Oder so? Ich habe noch was. Ja, dann stell einfach Strohdach her. Ey, ich, ich schmeiß dir das hier hin. Ne, ich tue es hier nix. Hä? Wieso? Mach doch einfach das Dach und mach es jetzt zu. Ne, das geht nicht. Ich habe schon nichts getan. Junge. Mach mal auch was. Ne, ich bin hier gerade im Menü. Hä, wie? Ich habe doch gerade Dach hergestellt. Wo ist denn das hin? Ich verstehe das nicht. Wo hast du das jetzt hingehauen? In die Kiste oder was? In die Küste. Hä? Your tribe power is not enough. Ne, äh, du musst mir Rechte geben, Michi. Äh, okay. In der Gilde. Promote. Ich promote dich mal. Oh, diese Bürger. Die sind Nadeliger. Ne, immer noch nicht. Das ist ein bisschen Peaster. Ne. So, ich glaube ich kann das hier. Mitglieder, Langanpassung, Anführer, Stammes, Mitglieder, Verband, Beitrittsanfrage, Stamm. Ich müsste einstellen. Kartenmarkierung. Okay, ich habe es gefunden. Das sind die Zähnen, ich muss die Zähne, die Zähne, die Zähne. Ich muss die Zähne nicht verlassen. jetzt kannst du es aber irgendwie kann ich das dach nicht richtig platzieren ich bin sich nach außen war jetzt das kraften müssen die unbringlich ein bisschen besser machen das ist ein bisschen also nicht das kraften selbst sondern eher bauen halt es ist echt wird gemacht die wird schwer zu bauen die meisten sammeln ja machen alter ist das dunkel neck mich am arsch wie kann ich das scheiß lagerfeuer machen aktivieren du musst an den seiten musst du diese eckigen dinge bauen nicht die lang wieso das eckige dach was wieso ich kann das doch oben gleich zu machen einfach mit einem flachen dach oder gibt es ja kein flaches doch ich meine aber ja aber oben wie willst du das quasi haben mit nachmitteln die wand sagt ja bei die wand ich weiß nicht was du meinst die wand vorne hinten was ist damit wie willst du das zu machen die wand vorne und hinten na es gibt auch solche dreiecke immer also die gibt es hier doch bestimmt auch gibt es von jedem survival game diese drei elemente klar natürlich gab es doch auch natürlich man kann den schwer sogar schmeißen also halt mit mit einem seil dran ist ja witzig ich probiere das jetzt mal auf den trutern aus na mit f kannst du das machen man hat doch eine super attacke das ist das geil wie kann ich ihn jetzt ran ziehen noch mal f das halbende sperr erhalten mal links klick links klicken und wir halten ne passiert nichts doch ach so nee ich meinte jetzt das ran ziehen mich kaputt schlagen äh jagdbewertung naja speichere daten ja was hat mir was gebracht ich sehe sogar den werten ja man muss die tatsächlich so zerkloppen wie du es gemacht hast du ja ich weiß ich wollte ich habe ja nicht mehr spaß gemacht ach so links oben hast du auch temperaturanzeigen habe ich noch gar nicht sehen bitte ja was meinst du nichts nichts fenster strohsäule strohtreppe strohzaun ja gut aber hat er voll zübsche ausgebot total und so dann ist ja voll geil aus hier jetzt hier sogar eine hühnerfarm die tüten schicken nicht stein doppelklinge so hier ist auch ein brunnen ein brunnen ja vergibst dir jeden boah hier sind voll viele hier sind das spieler ne oder natürlich das sind alles spieler gil de kikan die sind richtig viele von denen ja wieso die leute oder so wainnut frag mich jetzt wie ich das jetzt noch zu machen kann weil hier gibt es die anscheinend nicht also hier könntest du dich ein bisschen inspirieren lassen von der architektur wie wärs wenn du mal mitmachst du mal mit deinen komischen klötzchen da ist das sieht ja kacke aus ahja Stroh bedeckte Schrägwand Rasters so jetzt kann ich das nämlich so hier machen jetzt muss ich mal mehr davon machen ich brauche nur Strohwand sehr gut das sieht gut aus ich weiß sieht kacke aus aber egal anfangs ein Anfang hast du gesehen wie du das platziert hast nee habe ich gerade nicht ich dachte der platziert das richtig aber da hat es falsch platziert warte wie kann ich das jetzt nochmal machen naja hier demontieren ja aber so wollte ich das eigentlich auch nicht machen so kann ich die denn drehen ah so ok so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So... Das wollte ich nicht machen, sondern ich wollte ja noch ein... Scheinertisch, Schlachtertisch, Handelsturm... Na ja, Holzboden könnte ich noch schon machen... Oh, Türkisringen... Halskette... Käfernetz... Boah, ist das riesig... Ach so, das hast du gerade hingebrochen, okay... Dann sag du was, ich wollte es gerade aufbauen... Oh, das ist doch... Hmm... Zerlegen... Nichts zerlegt werden... Ah ja... Wieso das denn nicht? Komisch... Egal... Was haben wir noch? Ne, das haben wir schon... Bezacke... Steinsense... Steinhardt... Holz... Speer... Können wir zum Holzbogen machen schon mal... Äh... Was? Dann machen wir uns noch eins einfach... So... Und dann brauche ich noch... Steinkweide... Machen wir uns mal 16 Stück... Machen wir uns einen Türkisring... Eine Halskette... Was ist das? Äh... Machen wir uns... Einen Grasmatte noch... Machen wir am besten zwei... So... So... Kann ich mir eigentlich die Akkubank machen... So... Können wir bei Y... Jetzt noch mal gucken... Ob wir jetzt noch was haben... Ne... Wir sind noch nicht Level 9... Hier brauchen wir Level 10... Hier brauchen wir auch Level 10... Hier auch... Das haben wir schon alles... Das auch... Hier brauchen wir überall Level 10 oder höher... Ne... Ja... So... Die Halskette... Wir können uns das ja schon mal alles anziehen... So... Dann der Ring... Wo ist der Ring? Da ist der Ring... Allgemein können wir uns ja schon... Grober Stoff... Muss ich noch machen... So... Handschuhe... Hose... Wie viel brauche ich da? Oberstoff... Noch 6... Und hier... 10... Also 16... Oberstoff... Ah... Passt... So... Dann haben wir die Schuhe... Dann haben wir den... Achso... Dann haben wir den... Zweimal Bogen... Äh... Dann... Habe ich mir nicht noch... Irgendwas hergestellt schon... Egal... Wir brauchen das hier... Dann die Hose... So... Handschuhe... Und das... Okay... So... Die ganze Kleidung haben wir schon... Ein... Vielleicht ein paar Bandagen herstellen... Damit wir die schon mal da haben... Wenn wir nachher rausgehen... So... Stein-Doppelklinge. So. Ah, hier kannst du es wegwerfen, auf jeden Fall. Wenn wir das hier weghauen, brauchen wir nicht. Wir müssten jetzt auch was essen und trinken, merke ich gerade. So, das ist ein bisschen behindert, als ob man eine Waffe, also ob man nicht einen Bogen in der Hand hat, sondern als ob man eine Schusswaffe in der Hand hat, das ist ein bisschen dumm, ein bisschen sehr dumm. So, dann machen wir das, dann können wir ja ein bisschen was von der Frucht essen. Ähm, was ist das? Ein bisschen Blut. Und wir können... Haben wir überhaupt schon was zu trinken? Den zum Servieren von Nahrung. Und ich müsste mir gleich noch zwei Matten machen, ne? Haar, Alter. Vier Minuten dauert das. Holy. Das dauert ja ewig. Jojo. Es ist richtig kalt hier. Ist das bei euch oder was? Ja, beim Zimmer. Ja, das Wetter hat sich wieder verändert, ne? Ja, vor allen Dingen, äh, Mittwoch und Donnerstag war sicher ich arschwarm. Ja, ja. Und heute war schon wieder... ... und hat gedegnet. War bei uns auch so. Also ich mach uns grad Fleisch. Ich glaub ich muss das dann aufs Lagerfeuer hauen. Weil ich hab jetzt auch schon langsam Hunger. Äh, hast du schon rausgefunden wie wir... Äh, wo wir Trinken herkriegen? Umsohn, von den Nachbarn. Ja, ganz bestimmt. Ja. Wie, naja, wir können da doch nicht einfach hin, oder? Ja doch, ich hab da vorhin getrunken, wo ich da war. Ach so, echt? Hast du keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Da steht ja draußen. Ich kann hier ja Fleisch brennen. Mh, wir müssen das Lagerfeuer erst wieder anmachen. Wie geht denn das überhaupt nochmal? Gute Frage. Das hab ich vorhin auch irgendwie nicht hinbekommen. Gibt das schlecht? Ja, oder? Aktivieren hier. Aber, das aktiviert sich irgendwie nicht. Oh, scheiße. Hast du viel Holzmuster vielleicht rein? Ja, aber wie? Machen wir das da rein? Ah, da! Brennstoff hinzufügen. Ja, ja, hast recht. Warte. Hier. Ach, wir können gleichzeitig Aufträge reinmachen, ne? Naja, gut, nicht gleichzeitig, aber nacheinander halt. Ja, 30 Stück oder so reicht doch erstmal. Ja, und das gleich wird schlecht. Hä? Wie das gleich wird schlecht? Du musst alles machen. Hä? Nein. Welches Fleisch wird schlecht? Das Sohofleisch. Ah! Verdirbt in 13 Minuten. Ah! Okay! Und die Blatten ist hälfte Stunden. Okay, ja nice. Und du hast doch noch Suppen. Oder was ist das? Oder hast du keine Suppe? Suppe? Wo gibt's ne Suppe? Im Moment da. Ah ja, stimmt. Ne, Fleischbrühe ist das. Jo. So. Oh, ich wollte jetzt auf die Suche gehen nach... Ah, ich wollte Steine bauen. Also ich mach grad grad das Ding hier noch fertig. Äh, dauert noch ne Minute. Das Fleisch. Und dann können wir los. Woher willst du denn? Ne, keine Ahnung. Ich will nicht irgendwas machen. Beziehungsweise ich warte bis das Essen noch fertig wird. Ah ne, das sind 3 Minuten. Ne, da hab ich keine Lust zu warten. Das dauert noch ein bisschen. Okay, noch 30 Sekunden Schlachtertisch. Dann kann ich... nicht fertig.